Was erwarte ich von den neuen Imports? Natürlich brauchen wir einfach die Tiefe, die wir bisher einfach nicht hatten. Gerade auf der Rova-Position brauchen wir einen schnellen, agilen Spieler. Das war ganz wichtig, dass wir da noch mal nachbessern. Vor der Back haben wir einen Amerikaner gehabt. Wir haben leider kein Backup gehabt. Dementsprechend war es auch nötig, danach zu bessern. Die müssen jetzt natürlich im Training zeigen, was sie können. Und dann in Berlin wird es losgehen. Hallo Invaders Family, ich bin Nelson Hughes. Ich bin von South Carolina. Ich bin hier zu spielen für den Invaders. Ich bin der Quarterback. Und ich hoffe, zu gewinnen den German Ball. Hallo Invaders Family, mein Name ist Trevor Loveland. Ich bin von New Jersey und live in New York. Ich bin zu Wagner College, wo ich bin in der College Football. Ich bin hier ein paar Tage, und ich liebe Hildersheim so far. Ich kann nicht warten für dich für dich. Ich bin hier auf die Ablarschmeld. Ich bin hier auf die Ablarschmeld. Ich bin hier sehr hospitabel. Und ich kann nicht warten, zu lernen mehr über meine Ancestrieren und mehr über die Lange. Danke. Inside.